Hallo, ich heiße Lilly und bin 17 Jahre alt. Ich gehe in die 12. Klasse und habe im Moment im Rahmen eines Schülerpraktikums die Möglichkeit, Accenture kennenzulernen. Ich mache nächstes Jahr mein Abitur und weiß noch nicht genau, was ich danach arbeiten oder studieren möchte. Da Accenture als globales Unternehmen in vielen verschiedenen Bereichen agiert, kann ich hier Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten. Das Highlight meines Praktikums war definitiv das freundliche Miteinander und die familiäre Atmosphäre hier bei Accenture. Dadurch, dass Accenture vierschichtig aufgestellt ist, habe ich hier Einblicke in Berufe erhalten, von denen ich so gar nicht wusste, dass es sie gibt. Positiv überrascht hat mich auch das levelübergreifende Duzen, das hier bei Accenture gelebt wird und der große Einfluss, den verschiedene Sprachen und Kulturen auf den Arbeitsalltag haben. DIN Untertitelung des ZDF für funk, 2017